ja hallo mein name ist david milzow ich bin profi saxofonist saxofon lehrer aus hannover dies ist hier ein kleines vorwort zu meiner tutorial reihe jason improvisation neu gedacht ein paar einleitende worte wie ich überhaupt auf die idee kam mir war es ein bedürfnis einen neuen weg für jason improvisation zu erklären anzugehen zu begehen wenn man so will und dazu stelle ich vielleicht mal meine mein hintergrund meinen musikalischen hintergrund vor ich bin als oder sehe mich als improvisator in einer art historie die meines dafürhaltens schon beginnt mit spielern wie korman hawkins oder don bias dann überleitend ein paar dekaden später zu sunny rollins besonders aus den 50er und 60er jahre periode ornett kuhlmann spielt auch eine rolle und zeitgenössische spieler für meinen dafürhalten die eine ähnliche attitüde an den tag legen sind zum beispiel spieler wie jollo varno oder auch dave liebman und ich sehe mich sozusagen in so einer art spiel traditionen die ich bei all den unterschieden die zwischen diesen bereits genannten spieler natürlich bestehen mir ist es ein anliegen als improvisator in einem harmonisch gebundenen kontext das kann eine freitonale harmonik sein das kann eine funktions harmonische tonalität sein dass ich auf sozusagen in diesem harmonischen rahmen wie auch immer gestaltet ist neue melodien neue phrasen als solo zusammengefasst spiele mir ist eins aufgefallen in der corona zeit im studium oder in der kenntnisnahme verschiedener jazz tutorials dass es gerade in heutiger zeit vor allem darum geht möglichst virtuos und in anführungsstrichen aufsehen erregend flüssige schnelle jazz soli zu spielen die vorrangig aus lik material bestehen also aus vor gefertigten vor produzierten phrasen die dann in einem solo sozusagen zusammengefasst werden so dass das solo am ende eine eine art best of lick collection darstellt weil sich der solist der betreffende vorrangig auf seinen vorher auswendig gelernten phrasenapparat auf sein vorher auswendig gelerntes phrasenvokabular bezieht und das dann sozusagen in einem solo zusammenfasst mir geht es in einem solo vorrangig darum eine musikalische notengeschichte wenn man so will neu zu erzählen sicherlich hat man als spieler spielerinnen immer ein gewisses vokabular was man sich aufgebaut hat ich bin auch der meinung und das sollte man bei den auch folgenden tutorials wenn man sich anschaut beachten ich bin natürlich auch für das erarbeiten von klassischen ja material dazu gehören jazz soli dass man die transkribiert sich teile davon sag ich mal raus zieht bearbeitet dass man sich frauen skalenmaterial akkordmaterial dass man dies lernt entsprechend einübt um es auch auf einem instrument zuverlässig abrufen zu können aber dann muss eben sozusagen auch dieser entscheidende schritt kommen dass man es als spieler individualisiert und seine eigene story erzählt dazu gibt es ja auch genug anekdoten aus der jazz historie die das deutlich machen dass der anspruch eines wirklichen improvisat das darin besteht eben seine eigene story seine eigene melodie zu spielen und das ist leider mit sehr viel arbeit verbunden das wissen fällt ja nicht vom himmel und das wird also sozusagen die grundlage akkord skalenmaterial jazz soli werden sozusagen in meiner methode die ich im folgenden beschreiben werde natürlich vorausgesetzt und dann kommt sozusagen ein ansatz oder mein ansatz soll dazu beitragen eben neue melodische wege zu gehen sie miteinander zu verknüpfen dahingehend methoden zu finden und ja ich hoffe dass das für sie und euch soweit interessant ist und ich würde mich dann auch entsprechend über euer feedback freuen wer möchte kann auch gerne meinen kanal abonnieren immer dann wenn es eine neue folge gibt gibt es dann die meldung wenn man die glocke einschaltet der clip ist hochgeladen ich würde mich dahingehend auf ein wiedersehen freuen bis dahin